hallo meine musikfreunde habt ihr bock auf ein geiles konzert sehr gut da seid ihr genau richtig denn da starten wir nämlich jetzt auch schreibt doch mal euren lieblingssong oder das beste konzert auf dem ihr je wart in die kommentare und schaut vielleicht findet ihr jemanden der das gleiche schon erlebt hat oder keine ahnung unterhaltet euch einfach in den kommentaren viel spaß mit dieser folge let's go oh hier sind viele leute scheiße hier oder ich bin so oder so jetzt kann ich jetzt werde ich wieder die montante dem und darin sie hat wegen der musik hier ist musik ja hier bei mir ist musik das ist ein wort oder ein echter spieler der so komisch ist ich habe keine waffe hier doch dahinten liegt eine die scheiß mucke oder sind echte gegner hier bei mir ist einer ich habe eine gitarre einer noch bei mir ich komme ich komme ich komme ich komme hilfe das hier ich habe einen gedauert der andere ich komme ich komme hier low hp low hp auf grün dein kollege läuft auch beide sind da wo ist dein kollegen genockt äh ungefähr bei grün hat dann schon ab naja definitiv ach so ich bin noch gar nicht ach so nee ich ja ist gut ich dachte nur ich dachte ich war verwirrt weil ich dachte ich war verwirrt hab's vertakt scheine noch einer noch mit 13 fuß was zum teufel irgendjemand hat zahlfady nao hab ihn hab ihn hab ihn für dich danke oh gott oh gott oh gott war das schlimm es tut mir leid dass ihr das angucken musstet wie einfach nix mehr reingehen plötzlich was war das denn aber hauptsache ist irgendwie viel mucke dabei äh ne nur bandages habe ich ich habe hier gefunden hey oh die scheiß mucke man danke buddy ich hab äh ich hab 2 1 wie laut ist das denn jetzt hui ich frage mich wieso helme eigentlich aussehen brauche ich brauchst du siebner gegen das an mich ne ne ich hab eine okay hat die hier ist ne sks ich komme ich komme huuuu huuuu da liegt aber keine muni bei warum denn ich hab heute keine energie getrunken deswegen habe ich ein bisschen weniger energie aber ich will nicht jeden tag eine energie trinken ja vor allem hast du dann energie für 3-2 stunden und dann ja gestern ja gestern hatte ich dann am ende war ende ja gestern hatte ich dann am ende war ende aber hielt ganz schön lange an ja nur die schweiz dann nach der bühne da tritt gleich jemand auf den ich sehen will ich nenne dich einfach so an die bühne das ist hier so zeitkonzert ich will jetzt aber warum sind hier nur g363 die heißt die waffe fucking hell c ist doch eine ak man ja aber was ist das denn für eine kacke fünfmal lauf ich da drüber wo bitte kommt mir eine andere waffe ich bitte euch jetzt von ak bei blau akm automatische kalaschnikow mutter gottes ne da war kein g akm franzi sag mal was sind das hier für dixi klus jetzt hier sagen wir mich das game verarschen ich lande nie wieder mit euch hier sagt das war das erste und letzte mal jetzt das reicht doch ein krankwagen wieder an junge wir müssen aber auch gleich los ne ja wir haben links zwei autos in die mitte was gar nicht den raus zu bringen nur weil hat die einfach schnell war mit mir geben wollte ich wollte check machen ich musste hier vorbei ich konnte nicht warten diese dixis close ne diese dixis hat sie halb tot sorry das war und das war wirklich unabsichtlich ich wollte das nicht es tut mir leid es tut ja gar nicht ich suche eigentlich ein auto das kann man nicht fahren wir haben zwei autos wir haben zwei autos mayday mayday ja okay dann bin ich müde den discord ich fahr schon mal vor mal warum nimmst du nicht fisch mit ging nicht ist ein zweieinsitzer nein ich rede mit party also jetzt bin ich hier im zweisitzer mit team was keine hey man wie kann man nur so schreien die ganze zeit ja aber wie kann man bitte auch kein hellen haben wir müssen ein bisschen runterfahren heute jetzt ist wichtig jetzt kredit kurz ernst es ist lustig auch sehr viel aber wenn es nur noch so ist dann kriege ich ein zu viel weil ich war auch mal so dass ich habe ptds wie heißt das ptsb ja ich brauche eine mitfahrgelegenheit partie nein aber du musst es doch aus meiner sicht sind zehn minuten in dem in dieser stadt und du kommst mir ohne helme weil da keine helme waren sie kommst dass du jetzt den helm hast ja weil wir da war ich da vorher noch nicht war schade merkst du selber oder die die ne merke ich nicht ich glaube die sind wütend was macht ihr da ihr beiden darf ich das also ohne scheiß ne und er kommt mir im ersten ton im ernsten ton ich soll klarkommen jetzt guck dir mal bitte die scheiße auf der map an das was ist denn los ja das war richtig doch was sagt ihr denn da gemacht wir sind gestrandet es kann doch mal passieren ihr habt euch angeschrieben wir haben das wasser nicht gehört es ist eure schuld aber wie seid ihr gestrandet ihr bist doch erst mal auf diese dumme enden drauf gefahren weil ihr euch gestritten habe ich komplett emotional überfordert ich weiß gar nicht was passiert jetzt seid nicht hin so wie du fisch wir dachten jetzt lasst euch jetzt scheiden wir müssen irgendwie gucken bei wem verbringen wir das wochenende es ist ganz graufig was hier passiert ja wo fährt man weihnachten hin wir sind komplett emotional auf und dann fragen die was da los bei euch hast du noch wusste ich kann das nicht mehr wir fahren schon mal los da wo sind wir denn wie das ist die brücke ich habe keine wunde war vielleicht ist hier der gas kennen drin hier ist der gas kennen drin achtung hier ist der gas kennen drin schade ich hoffe ganz kurz die tanksteine noch löten ich habe halt wirklich nichts mehr ganz viele wie viel mitbringt ich habe auch ein kanister hier ich bin immer noch auf der insel schön oder ist der gas kennen die zwei sogar was du hier ist gelootet leider hast du noch ehrlich ist das noch ich bin ein booster für dich ich hab ne ich hab mein letzter nehmen wollte ich gerne also ich kann dir den geben wenn du jetzt gar keinen ja ich hab halt wir sind gleich auf dann nehme ich den wir brauchen ja eh booster wenn wir jetzt fliegen wollen hast du beide gascans hast du einen scope und ich habe zwei einfach ich frage jetzt nur für einen freund kommt ihr da noch irgendwie weg keine ahnung ich probiere halt einfach jetzt hier in die zonen zu kommen ptsp pubg team schreitbelastung ja also bei mir ist wenigstens begründet mein mein psychologe wird sofort verstehen er wird nicken ja ja wo sind die weil wir gleich auf sind keine booster habe rechts von dir unten direkt rechts unter dir jetzt kann ich markieren er ist gedauert schade ich kann da es tut mir echt leid ich kann nichts machen achso das wollen wir in die zone ja ich muss ich hab halt nur so richtig ist richtig ist richtig die habe ich auch gleich nicht mehr die beiden ist das wird eine quali sie haben ein auto gefunden ich habe ein moped wir sterben gleich warum sterben wir gleich weil wir können sich nicht mehr heilen hier oben ach du hast noch Bandage siehst du und der eine einzige jetzt die ich mehr gebe oh ja ja unter uns direkt ich war mit dem Moped Patti das könnte wirklich ist unser Tod werden das könnte auch mein Tod sein nicht schießen ich ging ich schieße MAYDAY 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 eigentlich mussten wir hier runter oh mein gott er hat mich so zerstört ich bin tot die ist irgendwo hier in der luft am boden irgendwo musst du aufpassen ja links links von dir siehst du sie wach hat mich zerstört selbst alter du hast ne hunde ne oh du hast ne self-hatee jo nico nico wo da ja ja nico nico yo yo neun monate schon da ist das kind pressen aua nico dann ist er schon so lange ist es her dass du reingezappt hast das erste mal und alles so yeah nico 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 rufen alle danke sehr noch kannst du es nicht mal hatte ich schreibt ich bleibe hier oben hier kann mir keiner was ok ok ihr spaß nico hat sich einen song gewöhnt nico das ist dein song hier reibt sich nichts nico nika nico nick da nico oh yeah das ist dein song nico 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 sind sie weg hatte ich hätte sogar eine gas-can und du hast ein gleiter hier ne aus dem fuhr und links laufen scheiße da naa ich kann dahin Wann ich noch irgendwas oder das? Das ist eingebildet, das hab ich mir eingebildet, ne? Oh, da holt was, jemand will, was wieder? Michalenski, ui, sorry. Michalenski! Michalenski! Grüß dich. Ist Christina eigentlich da? Christina! Ich warte schon den ganzen Tag auf ihren Sound. Christina! Oh ja, oh, ein Helmchen einfach. Guck mal, wie schön. Brauchst du das? Wie viel hast du? Ich hab nur eins. Geil. Woah. Danke. Hingekackt. Schön hingeschissen. Also, Paddy, jetzt ist der Moment gekommen, Held zu werden, ne? Sag ich dir nur. Ja, Paddy, wenn man hält, ich mach gar nichts. Jetzt kann jemand auf die Waypoints landen irgendwann und die Chips zurückholen und dann wieder zurück. 100%. Weiß ich ja nicht. Doch, das klappt. Ich seh das schon, komm. Ich kann das machen. Wo war das? Bei Grün? Paddy macht das, Paddy macht das grad. Achso. Hast du auch nen Rucksack, Paddy? Aber Paddy, bleib in der Luft. Oh mein Goodness. Paddy denkt sich, Airdrop oder wir? Airdrop oder wir? Wir oder Airdrop? Wir oder Airdrop? Airdrop oder wir? Wo ist denn der? Oh. Oh. Er hat sich für den Airdrop entschieden. Hahaha. Er wird immer getroffen. Paddy holt euch. Paddy holt euch. Gar kein Problem, ja? Hahaha. Paddy macht das ja, ne? Dann mach ich das nicht, ne? Jetzt wird er erschossen und landet als Leiche auf dem Airdrop. Das wär so lustig. Wo waren die bei Grün? Da läuft sie! Oh mein Gott! Ihr green Geier! Wo kommt... Nein, ich wollte dir die Dinger holen, die Chips holen. Achso. Deswegen hab ich gefragt, oh. Aber what the fuck, wo kommt er denn her? Ja. Er steht da einfach unter unserem Bild. Paddy war halt, er hat nur Augen für den Airdrop gehabt. Er hat halt nicht drunter geguckt. Ach, ich hab ihn noch eben grad gelobt. War das nicht irgendwas mit Loben, so Paddy der Einzige, der mitmacht? Nehme ich alles zurück. Hahaha. Lol. Oh, wie schön. Paddy macht schon. Paddy fliegt so drauf. Ja.